Die Temperatur hier in der Höhle funktioniert das Prinzip genau umgekehrt und die Luft von draußen bläst hier in die Höhle. Die Temperatur hier in der 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 Höhle. Diese Gutsche kann so groß werden, weil die Oberfläche nicht so groß ist. Wir werden kurz abkürzen und sehen uns gleich wieder. Das hier neben mir ist der Eis-Elefant. Es sieht nicht aus wie ein Elefant, aber ein paar Jahre назад es sieht aus wie ein Elefant. Das hier neben mir ist der Eis-Elefant. 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 Der Eis-Elefant ist ca. 40 Meter weit und ca. 17 Meter lang. Über uns sind ca. 400 Meter Leifstöne. Der 114 ist Alexander von Mördern im Ersten Weltkrieg gefallen. Und das hier neben mir ist der Eis-Elefant. Der Eis-Elefant 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 ist der Eis-Elefant hier. Das ist unser letzter Punkt für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir gehen jetzt hin. Wir gehen jetzt hin. Wir gehen jetzt hin. Das war's für heute. Danke fürs Kommen und danke für eure Aufmerksamkeit. Die Lampen nehmt ihr da bitte auf, nicht mit nach Hause, ich brauche die nämlich noch. Die Lampen nehmt ihr da bitte auf, nicht mit nach Hause. Die Lampen nehmt ihr da bitte auf, nicht mit nach Hause. Die Lampen nehmt ihr da bitte auf, nicht mit nach Hause. Die Lampen nehmt ihr da bitte auf, nicht mit nach Hause.